Aho Okamis und herzlich willkommen zur nächsten Folge Let's Play Star Stable Online. Und auch diese steht ganz unter dem Motto Weihnachten. So, wir befinden uns immer noch in dem Weihnachtsdorf, wo noch eine weitere Quest auf uns wartet. Und zwar findet diese hier statt. In der altbekannten Eishülle, in der ich nicht hingehen werde und vorher schon reingehen werde und irgendwas anklicken werde. Wer wissen will, warum, sollte den Infotech angucken, den Link gemacht hat. So, hallo Pferdemädchen, willst du ein Spiel spielen? Wie wäre es mit Finde die Mützen? Ich habe fünf Weihnachtsmützen im Schneerund um das Dorf versteckt. Ich wette, du findest nicht alle. Ich wette doch. Oh Gott, sogar die sind an den gleichen Stellen wie letztes Jahr. Hallo. Das erinnert sich sehr viel. Ja, die haben aber wirklich gar nichts Neues rausgebracht. Das finde ich total schade, weil dieses Weihnachtsdorf mit exakt den gleichen Quests gab es halt letztes Jahr schon. Und letztes Jahr gab es aber noch diesen Adventskalender dazu, aus dem wir Sachen geschenkt bekommen haben. Und zwar dieses Outfit, das ich hier trage. Mit dem Eichhörnchen zusammen und allem. Naja, und dieses Jahr halt eben nicht. Ja, dieses Jahr bin ich ja auch nicht dabei. Ich dachte, es ist so, ne. Na gut. Das erklärt sich, ich muss mal eben mein Handy auf. Ich bin jetzt angekommen. Das ist ja früh, ich muss mal ganz eben mein Handy nur auf Nichts stören stellen. Eigentlich achte ich da immer dran. Mein Handy auf Stuhl gestellt gerade. Und jetzt bin ich einfach in der Fahnen vorbei. Und ihr hängt da oben auf dem Dach ab, ne. Euch geht's gut. So waren die letzten, ne, war die letzte nicht mehr Richtung See. Oder schon. An allem die Eishöhle rum. An allem die Eishöhle rum. Wie gesagt, finde ich die letzte gerade nicht. Ah. Hallo. Oder war hier eine in dem Wald? Wo ist sie denn? Ah. Na super. Ich hab meine Hälfte wieder blutig gebissen. Ich, äh, hab mir gehört, dass die ab nächster Woche vielleicht auch einen Adventskalender einführen wollen. Ab nächster Woche, das ist ja früh. Ich dachte mir auch so, nächste Woche, das ist der Zwölfte. Das ist genau die nächste. Wobei, ich meine, aber letztes Jahr haben die auch nicht ab dem ersten das Ding gehabt. Ich meine auch, äh, erst später. Aber ich hatte halt erwartet, dass es jetzt letzte Woche gekommen wäre. Hey, 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 erwischt. Du hast bestimmt nicht damit gerechnet, dass Wichtel in diesen Mützen stecken. Ich hätte ja zu gern dein Gesicht gesehen, hey, hey. Willst du nochmal spielen? Bitte, bitte. Wir schicken dir sogar Marken. Schenken dir sogar Marken. Die du hier in der Eisboutique ausgeben kannst. Es gibt tolle Preise, hey, hey. Wir lieben es, uns zu verstecken. Also komm jeden Tag her, um noch mehr Marken zu erhalten. So, dann wollen wir uns die Sachen hier drin mal ansehen. Ah, hier ist die Hose. Die möchte ich haben. Die hole ich mir jetzt. Zack, die habe ich schon. Oh, die Jacke ist auch cool. Gut, die kostet 20. Der Hinn gefällt mir auch ganz okay. Naja, das sind einfach nur langweilige graue Handschuhe. Die werde ich mir mit als letztes holen. Das sind die Kanta-R-Stiefel. Die Winterreizstiefel, das sind 1 zu 1 die Kanta-R-Stiefel. Die wollen die eigentlich auf den Arm nehmen. Die kommen dann auch mit als letztes. Ganz ernst, die Hose sieht genauso aus wie die von Kanta-R. Ja, nur in ein bisschen anderen Farben. Ich bin ganz ehrlich, der Sattel, der kann auch ein bisschen warten. Genau, so wie das Zaumzeug. Das finde ich alles von den Farben her, ehrlich gesagt, ein bisschen langweilig. Gut, die Decke, die finde ich schön. Die würde ich mir holen. Die Satteltasche auch. Ja, und die Gamaschen auch. Also, ja, Rentierpulver brauche ich nicht. Diese Ohren hier für 18 brauche ich noch. Ja, den Bar brauche ich jetzt nicht so. Also, was ich mal als erstes hole, sind die Ohren, Gamaschen, Satteltasche, Decke und, ja, Jacke und Helm. Alles andere kann von mir aus warten. Besonders die Stiefel. Also, jetzt ziehe ich Kanta-R-Stiefel an und habe wahrscheinlich sogar noch 50 mal bessere Werte. So, was wir jetzt machen, da wir ja hier fertig sind im Weihnachtsdorf, wenn ich das richtig sehe, ja, dann fahren wir jetzt... Ach nee, da ist noch eine Quest. Was das Beste an Weihnachten ist, natürlich durch den Schnee zu rasen. Klingel, hör mal zu, wir Wichtel haben gehört, dass unser Chef der Weihnachtsmann nach Fahrern sucht, die den Schlitten vor dem großen Tag testen. Wenn du den Job willst, zeig mir deine Schlittenschein Klasse B. Der sagt, dass du qualifiziert bist, auf Eis und Schnee zu fahren. Klingel, du hast keinen Schlittenschein Klasse B? Bah! Da musst du trainieren. Ich schicke dir zuerst in das Fisk- und Frostig-Rennen. Zieh deinen Schlitten einfach dort den Hai herunter, dreh eine Runde über den See und triff meine Kollegen Klimper in der Ziellinie. Du hast doch einen Schlitten dabei, oder? Klingel, du hast doch keinen Schlitten? Na schön, wir können improvisieren. Reite einfach auf deinem Pferd. Achtung, fertig, los, hoho! Das bringt 400 XP für mein Pferd? Ja, wir würden das Rennen doch zusammen machen. Ich kann das danach nochmal machen. Das ist ja nur das erste Mal quasi Testrennen. Uh! Eber, 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 aah! Zelda Cat Dragon. Hi. Hi. Hallo? Oh ja, daran erinnere ich mich. An den Schlitten, der hier einmal so runtergecrushed kommt. Und genau, die Wände aufzieht. Genau, genau, genau. Es tut mir so leid, dass ich so langsam bin, aber ich hab halt, wie gesagt, ein Level 1-Wert dabei. I'm so sorry. Ah! Was um die Kurve? Hm, da noch. Ich wollte's grad sagen, jetzt gleich kommen doch bestimmt wieder diese Kanonen, oder? Richtig. Naja, und du willst mir wieder den Weg schwer machen. Warum sind wir nicht mehr in der Gruppe? Oh, ich weiß es nicht. Hast du deinen Heimatstall betreten? Nee. Ah, verdammt. Okay, ich hab grad eine Mütze gefunden. Oh, hier ist noch eine. Gut, hier muss ich gleich nochmal lang. Äh, vielleicht, weil du das Weihnachtsdorf verlassen hast. Hast du das getan? Das ist auch nochmal eine. Äh, ja, dann wird es daran liegen. Aber ich geh jetzt gleich noch ins Shoppingcenter, dann können wir sehr gerne wieder in eine Gruppe reingehen. Zack, geschafft. Okay. Herr mit der Belohnung, mein Freund. Bei den Glöckchen. Das war eine schreckliche Technik. Klingel hat dich wegen einer Schittenscheinsklasse B hergeschickt? Niemals. Du bist aus dem Rennen. Der Chef wird dich nicht in die Nähe eines Schittens lassen. Probier doch mal beim Osterhasen. Hab gehört, der wäre ein Softie. Klimper. Was sag ich immer? Harte Arbeit, Disziplin. Darum geht es bei Weihnachten. Okay, wir machen es so. Geh einmal am Takt zu klingeln und versuch dich erneut am Rennen. Wir haben sogar eine Arznei für dich. Marken. Diese Anreiz, nicht Arznei. Diese Marken kannst du gegen Preise in der Eisboutique eintauschen. Ah, ich sehe schon, wie motiviert du auf einmal bist. Vielleicht schaffst du ja deinen Schlittenschein Klasse B noch vor dem großen Abend. Dankeschön. Der Pferd ist um mein Level gestiegen. Das wundert mich nicht. Ich wundere es eher, dass es nur ein Level ist. Hä? Nur ein Level? Mhm. Ach, krass. Ja gut, ich war auch schon auf der Hälfte von Level 1. Pro Weihnachten. Im Moment, das macht ja gar keinen Sinn. Ich war Anfang Level 5 oder so, glaube ich, und bin dann auf Level 6 aufgeschrieben. Oha. Ach nee, ich hab ja auch danach nochmal das Rennen gemacht. Dann gibt's ja nochmal 200. Genau. Das war der, der letztes Jahr in der Luft geschwebt hat, vor Weihnachten. Ja, cool, ich find die jetzt schon alle direkt. Sie hätten wenigstens die Wichtel an einer anderen Stelle verstecken können. Wenigstens, weißt du? Es gibt noch mehr versteckte Wichtel zu finden. Ja, ist gut. Tja, wir haben uns dieses Jahr echt nicht viel Mühe gegeben. Nein, wirklich nicht. Ich bin ehrlich ein bisschen enttäuscht von Star Stable, gerade was das angeht, ne? Ja, und außerdem, ihr meintet, es gibt voll viele Gutschein-Codes, es gab einen. Ja, du musst überlegen, wenn es einen Adventskalender gibt, dann gibt es jeden Tag einen. Oh. Es gibt aber im Moment noch keine, es tut mir leid, dich enttäuschen zu müssen. Ich find das so, ich find das so komisch, es gibt ein Weihnachts-Item und das ist, also da steht dran, top und es ist ein T-Shirt. Weihnachten und T-Shirt, die sind so top. Warum? Ich mein, von der Farbe sieht das cool aus, aber warum muss ich kein Setschwerden? Ja, es tut mir leid, dass wir jetzt ein bisschen durch die Dunkelheit hier tapsen, aber ich muss ganz schnell ins Shopping-Center, denn da geht's weiter mit noch einer Quest, habe ich gehört. Ist das noch richtig? Stimmt das? Ja, klar. Ich war schnell fertig. Schnell fertig, das freut mich einerseits und find ich andererseits auch wieder ein bisschen doof. Aber egal, ich komme auch mit meinem Level ein bisschen hin. Bitte? Ist viel zu leben und so, ich hab das ja eh alles überstanden. Hm, okay. Ich hoffe einfach, ich level dadurch noch ein bisschen. Vor Weihnachten, vor Weihnachten hier und vor Weihnachten da. Es reicht völlig, vor Weihnachten ein oder zweimal zu sagen, maximal. Warum sich das Leben unnötig schwer machen? Siehst du nicht, dass das Weihnachtsgeschäft mit meinem empfindlichen Böden anstellt? Genau, die Leute kommen hierher und machen Dreck. Hast du daran gedacht, den Fußabtreter zu benutzen, als du reingekommen bist? Du hast? Gut. Bah, was ich, äh, wenn ich entscheiden müsste, würde hier kein einziger Kunde Weihnachtseinkäufe im Shopping-Center machen. Dann wäre alles in bester Ordnung hier. Ja, und du würdest deinen Job verlieren, weil, ne, spätestens, weil dein Chef kein Geld mehr hat? Ich habe momentan absolut keinen Plan, wie ich die Zeit zum weihnachtlichen Dekorieren aufbringen soll, wenn ich andauernd hinter allen herräumen muss. Diese Leute haben keine Manieren. Stiefeln hierher rum, als ob das Kaufhaus ihnen gehören würde. Schnaub. Du siehst ganz nebenbei nicht so aus, als ob du viel zu tun hast. Laufe hoch in den dritten Stock, dort findest du einen Karton mit Weihnachtsdeko. Der steht schon seit Wochen da. Ich musste ja die ganze Zeit den Dreck der Leute von meinen wunderschönen Böden befreien. Komm schon, lauf hoch und hol die Kartons mit der Weihnachtsdeko. Vielleicht wünsche ich dir dann frohe Weihnachten. Oh, wie gnädig. Das ist aber nett. Das ist aber nett, dass du mir dann vielleicht fröhliche Weihnachten wünschst. Oh, nett. Vielleicht. Wow. Oh, Lord. Sehr schick. Okay. Wo mag der Karton denn sein? So, die Karte sagt irgendwo da hinten. Da ist er. So, du hast den Karton mit Weihnachtsdeko aufgehoben. Kehre damit zum Hausmeister zurück. Immerhin ist das mal lange genug, dass man es lesen kann. Diese anderen gelben Sachen aus der Folge hier vor, die ich nicht zu Ende vorlesen konnte, die konnte ich auch letztes Jahr schon nicht zu Ende vorlesen. Das weiß ich noch. Habe ich mich letztes Jahr tierisch drüber aufgeregt? Benutze Karton. Ich benutze... Ach, du liebe Zeit. Ach, du liebe Zeit. Ich habe mein Inventar schon eine Weile nicht mehr aufgemacht, schätze ich. Oh, das ganze Obst habe ich sogar noch in meinem Schrank von letztem Jahr, ne? Das geht überhaupt nicht weg. Das verschwitterst du niemals. Ja, was soll man mit diesem ganzen Obst? Da kriegst du so viel noch von, glaub mir. Gut, dass man es decken kann. Gut, die Tatsache, dass es doch noch Menschen mit Verstand und Manieren gibt, ehrt meine Stimmung doch sehr. Hast du das gesehen? Hast du gesehen, wie dieser Jugendliche mit ihren Matscheschuhen vorbeigestampft sind? Bah, jetzt muss ich den Boden wischen. Überhaupt keine Manieren. Willst du den Boden wischen? Hä? Denkst du, wo du kommst und meinen Job... Dass du kommen und meinen Job übernehmen kannst? Was? Der Einzige, der hier die Böden wischt, bin ich. Aber wenn du unbedingt arbeiten willst, kannst du den ganzen Krimskrampf erledigen. Dann muss ich das nicht machen. Gut, du kannst damit anfangen, das hier zu nehmen und die Bühne damit zu dekorieren. Also dann an die Arbeit. Schnaub diese Leute. Hast du nichts zu tun? Es gibt noch mehr Weihnachts-Krimskrampf aufzuhängen. Hier, nimm dies und das und sieh zu, dass es an die Wände kommt. Es gibt noch mehr Weihnachtsdeko, die im Einkaufszentrum platziert werden muss. Hin fort mit dir und sieh zu, dass du alle Dekorationen verteilt werden. Ich muss mal ganz kurz... Der hat irgendwie... So. Ja. Mhm. Okay. Erstmal auf die Bühne. Nein. Nein. Ja. Yep. Yep. Ich muss sagen, diese Dialanden finde ich dieses Jahr schöner. Die sind ja auch im Stall so und die sehen so dieses Jahr für mich schöner aus. Bis letztes Jahr. Das ist auch schon alles an Lob, was ich erstmal aussprechen möchte. Die Gnäde. Ah, ich ahne schon, was da hinkommt. Ja, 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 ich ahne es schon. Zack. Du hast dekoriert. Ja, das ist akzeptabel. Es ist sehr klein, aber es wird ja nachher noch mehr werden. Warum kommt da ein Geräusch, als hätte ich irgendetwas nicht geschafft? Das verstehe ich nicht. Ich habe es nicht geschafft. Ich habe es nicht geschafft. Ich habe es nicht geschafft. Ich habe es nicht in dieser vorgegebenen Zeit geschafft. Oh, ah, okay. So. Ich muss gestehen, ich habe erwartet, dass das ein ganzer ein bisschen pompöser wird. Aber ist okay. Es ist okay. Das ist als Nächsten. Ah, wo muss ich denn hin? Ah, ich muss vor das Café unten. Hm, da hängt auch überall was. Das ist ja eine richtig liebevoll gestaltete Quest. Im Vergleich zu letztem Jahr. Letztes Jahr kam das ganze Weihnachtsdorf mit den Quests, die wir bisher schon erledigt haben, raus. Und dieses Jahr kommt neu raus diese Quest. So. Oh, der ist ein bisschen karg, ne? Oh, der Baum sieht ein bisschen kränklich aus. Jetzt wäre der schon halb zerrupft worden. Na ja, egal. Ich muss zugeben, nicht schlecht. Was? Du denkst doch nicht, dass du schon fertig bist. Schnaub, hier findest du Arbeit, die noch für weitere Monate ausreichen wird. Gut gemacht, das sieht so toll aus. Gut, das zeigt mir einmal mehr, dass du ein zielstrebiger Typ bist. Das lief sehr gut mit dem Dekorieren, findest du nicht? Vielleicht kannst du mir nächstes Jahr wieder dabei helfen. Schnaub, hast du den Stapler-Lieferung hier neben mir gesehen? Die sollten eigentlich alle raus in die Läden, aber anstatt sie dort hinzubringen, wo sie hingehören, hat man sie mir gelassen. Lass mal sehen, wo die einzelnen Lieferungen hingehen sollen. Das soll zu Gordons Kleidungsgeschäft geliefert werden. Vergiss nicht, dass ich eine Unterschrift brauche, dass die Lieferung ausgetragen worden ist. Ich will kein Theater damit haben. Lass mal sehen, dieser Karton soll zu Clementines ins Café. Vergiss nicht, dass sie unterschreiben muss, dass sie die Lieferung erhalten hat. Der Karton sieht aus, als ob er Alex' Geschäft adressiert wäre. Die verkauft Pferdeausrüstung. Bringst du ihn zu ihr? Gut, erinnere sie daran, dass sie unterschreiben soll, die Lieferung erhalten zu haben. Also alle Geschäfte, die hier unten sind eigentlich. So weit? Ja. Hallo, hallo. Wie wäre es heute mit einem fantastischen Weihnachtstee? Mit einem köstlichen Keks an der Seite. Möchtest du hier essen oder es mitnehmen? Eine Lieferung? Ah, wie gut, dass sie da ist. Ich habe mich schon gefragt, wann sie wohl kommt. Entschuldige, ich kann mich jetzt nicht wirklich um die Lieferung kümmern. Es gibt hier im Café so viel zu tun. Entschuldige, kann ich dich um einen Gefallen bitten? Ich würde nicht fragen, wenn es nicht so viele Menschen wären. Danke, kannst du diese Bestellung annehmen und eine Kundin bedienen? Vielen Dank, Ilva. Was wollt ihr? Hier, da. Danke, bitteschön. Achso, ihr auch. Bitteschön. Wer denn noch? Ihr? Wollt ihr? Nein? Dann muss ich nach draußen. Vielen Dank, bitteschön. Ja, also diese 5000 zu verteilen war hart. Vielen Dank, Ilva. Oh, die Lieferung? Ja, mal sehen. Bevor ich unterschreiben kann, muss ich abhaken, dass ich alles, was ich bestellt habe, auch erhalten wurde. Ich weiß noch nicht, wie ich das schaffen soll. Willst du mir helfen? Vielen Dank. Kann ich kurz durch die Reihe laufen und das Geschirr einsammeln? Super, danke. Ach, kann ich kurz durch die? Ja, ich räume auch bei euch ab. Und draußen. Das finde ich echt ein bisschen unverschämt hier von Avery und Willow, dass sie ihren Kram liegen lassen. Oh, wie schnell du warst. Ich habe noch nicht einmal die Hälfte meiner Liste abgearbeitet. Oh, da drüben scheint man mehr herrliche Weihnachtstee haben zu wollen. Kannst du bitte die Teekanne nehmen und nachfüllen? Wir haben eine Gratis-Nachfüllung. Es muss also nicht dafür bezahlt werden. Vielen Dank. Du da draußen auch? Nein? Nicht? Hast du Pech gehabt? Vielen Dank. Super nett von dir, dass du mir mit dieser stressigen Weihnachtszeit helfen willst. Ich habe noch ein paar Dinge auf der Liste, die ich erledigen muss, bevor ich sie abhaken kann. Ich muss auch noch die T-Shirt abwischen, damit neue Gäste sich dort hinsetzen können. Willst du das machen? Vielen, vielen Dank. Boah, ist es bald fertig? Ist ja unverschämt. Kriege ich dafür irgendwas? Mhm. Ich will ja hoffen. Ich rede hier nicht nur vom Geld und XP. Davon gehe ich so oder so aus. Du kriegst eine Weihnachtswind. Nee, ich habe ja noch keine. Alright then. Ich weiß nicht, wie ich das alles ohne dich an den ganzen Weihnachtsstress hätte schaffen sollen. Ich bin mit der Liste fast fertig. Entschuldige bitte, dass es so lange gedauert hat. Ich brauche etwas Zeit dafür. Würdest du diese Bestellung an die Kunden liefern, während ich die Liste fertig stelle? Vielen Dank. Ja. Na. Ja. Einen Tisch geknallt. Pam. So, jetzt bin ich bereit. Danke, dass du meine Gäste in der Zwischenzeit bedient hast. Hm. Was ist das? Oh, natürlich. Ich unterschreibe jetzt für die Lieferung. Lass mich mal sehen. Wo ist der Stift? Oh, hier. Ich muss nur meinen Namen hinschreiben. Gut, bitteschön. Jetzt kannst du damit zum Hausmeister. Wo ist meine Mütze? Ich habe einen lächerlichen Weihnachtswunsch gekriegt. Hm. Mütze habe ich doch gesagt. Willkommen in unserem Bekleidungsgeschäft, der größten Boutique in ganz Jorvik. Wenn du ein paar der tollsten Stücke anprobieren möchtest, dann... Ach, du bist es nur. Wow, danke. Dein Name fing nicht zufällig mit Z oder Q an? Ilva? Ja, aber ich war nah dran. Ich wollte nicht enttäuscht klingen, Ilva. Ich dachte nur, dass ein anderer Kunde auf der Suche nach den besten Kleidern wäre. Schnäppchenjäger, du weißt schon. Es ist jedenfalls toll, dass du mit der Lieferung geschafft hast. Kann mich aber kaum erinnern, was ich bestellt habe. Haha, du willst die Lieferung von mir unterschrieben haben? Naja, das mache ich erst, wenn ich gesehen habe, was in den Paketen steckt, Dummerchen. Du hilfst mir, die Sachen auszupacken und ich unterschreibe. Einverstanden? Ja, klar. Aufsammeln, was haben wir denn hier? Neue Kleider. Neue Pullover. Neue Hüte. Die Kleider kommen dann wohl hier hin. Und da hinten? Was war das denn? Also Star-Sable, das mit den Sounds müssen wir nochmal überarbeiten. Ach, nur einmal Hüte. Okay. Gute Arbeit, ähm, Mädchen. Dein Name ist Ilva, sagst du? Okay, gut. Natürlich erinnere ich mich an deinen Namen, Liebes. Ich wollte... Ich wollte du wissen, ob du mir auch folgst. Du. Meine Unterschrift? Klar doch, eine Sekunde. Ich habe einen Kunden hier. Sie möchte ein Kleid, eine Nummer größer haben. Kannst du es für mich holen, sodass ich bei ihr bleiben kann? Danke, ich unterschreibe danach. Versprochen. Tust du hier nicht. Hat da jemand über die Weihnachtstage etwas zugenommen? Super, vielen Dank. Ich weiß, ich habe es versprochen, Mädchen. Ilva, ja natürlich. Aber hör mal, ich müsste dich dann noch um ein Glitzeklein Gefallen bitten. Der Kunde hier möchte das Kleid in schön Weihnachtspapier eingepackt bekommen. Ich habe es in eine Schachtel getan, aber ich dachte, dass du es etwas aufhübschen könntest. Ich habe leider zwei linke Hände. Danke. Schön verpackt. Ah, natürlich. Du wolltest, dass ich dir das Annehmen der Lieferung unterschreibe, richtig? Hier bitte. Jetzt kannst du damit zum Hausmeister. Danke für deine Hilfe bei allem Ilva. Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Dankeschön. Tschüssi. Wee. Und jetzt noch zur Alex, oder wie sie heißt. Willkommen. Wie kann ich dir heute behilflich sein? Warte, ich nehme an, dass du nicht zum Einkaufen hier bist. Oh, die Lieferung, wie schön. Hey, wenn du schon hier bist, könntest du vielleicht mir ein Riesengefallen tun? Ich wollte dich fragen, ob du vielleicht auf den Laden aufpassen könntest, während ich zur Toilette renne. Es sind so viele Leute hier in ihrer Weihnachtsbesorgung machen, dass ich keine Zeit für eine Pause hatte. Juhu, du bist die Retterin in Not. Ich bin sofort wieder da. Es ist keine schwere Arbeit. Sei einfach nett zu den Kunden. Und wenn jemand zahlen möchte, gibst du das einfach in die Kasse ein. Du schaffst das. Jetzt muss ich mich aber beeilen. Bis gleich. Oh, oh. Ich ahne Fürchterliches. Hey, kannst du mir bei der Super-Ein-Sattel-Deckel behilflich sein? Ich denke, ich nehme diese hier. Danke für die Hilfe. Gerne, gerne. Jetzt bin ich zurück. Danke für die Hilfe. Ach, das war's schon. Von Alyx habe ich auch ehrlich gesagt ein bisschen nicht erwartet, dass sie so krass viel Mehl an Aufgaben gibt. Lief alles glatt? Ich kann jetzt wieder übernehmen. Aber danke für die Hilfe. Du willst, dass ich unterschreibe, dass ich die Lieferung erhalten habe? Das kann ich machen, wenn du mir kurz damit hilfst, alles zu entpacken. Ist das okay? Super, fang einfach an und sag mir Bescheid, wenn du fertig bist. Wenn du mir hilfst, fang du mal an. Sag Bescheid, wenn du fertig bist. Ja, das ist ja typisch, ne? Die Sattel-Deckel. Aber es waren... Nein, doch nicht. Es geht noch um mehr. Aber das ist einfach bei dir. Das geht am schnellsten. Ja, so habe ich Alyx auch eingeschätzt. Tolle Arbeit, Ilva. Ja, ja, ich unterschreibe jetzt. Da bitte, du kannst es jetzt dem Hausmeister bringen. Auch wenn ich nicht verstehe, weshalb du so viele Besorgungen machen willst. Haha, du bist komisch. Aber danke für die Hilfe und frohe Weihnachten. Danke, danke. Ich muss hier erstmal... Ich muss hier mal gerade sortieren. Ich hätte mal besser mein Inventar ein bisschen leer gemacht. Ja, egal. Ist das Clementins Unterschrift gut? Hat lange gedauert, deine Unterschrift zu bekommen. Aber zum Glück habe ich sie jetzt endlich. Seht so, als hättest du dir dafür die Finger krumm gemacht. Hast du Alyx Unterschrift bekommen? Ja, das waren alle Unterschriften. Wie schön. Da muss ich mir nicht anhören, dass jemand seine Sachen nicht bekommen hat. Danke für die ganze Hilfe, Ilva. Jetzt kann ich weiterarbeiten. Aber bevor du davonläufst, ich habe noch eine Kleinigkeit für dich. Sie ist als kleines Weihnachtsgeschenk. Ein sehr kleines Weihnachtsgeschenk. Bitte schön, frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Jetzt werde ich mich einfach um diesen Boden kümmern. Ich habe wieder nur einen blöden Weihnachtswunschgeschenk gekriegt. Das ist doch nicht wahr, oder? Du kriegst sie gern. Das ist ein bisschen enttäuschend. Aber gut, ich bin jetzt hier fertig, nehme ich an. Ist das richtig? Nein. Ja. Gut, der Timer sagt auch nur noch drei Minuten. Ich dachte schon, wenn ich jetzt noch 15 Minuten oder so über habe, dann was mache ich dann? So. Was wir jetzt machen, ist einmal kurz meine übrigen Weihnachtswünsche aus dem letzten Jahr aus dem Schrank holen? Und dann gehen wir nochmal shoppen. Ich habe jetzt auch wieder ein bisschen Geld. Das heißt, ich kann mir das ein oder andere vielleicht noch von dem roten Outfit leisten. Ehrlich gesagt, ich glaube, ich werde das ganze Obst direkt verkaufen, weil es ist so viel und ich habe noch von letztem Jahr das. Was will man denn auch damit? Ja, man kann es den Pferden füttern. Aber wir versorgen unsere Pferde eh nicht mehr. Dafür haben wir... Hier, ich habe hier noch... Gut, ich habe einiges davon schon verkauft gehabt, aber ich habe hier noch... So, wo sind jetzt die Weihnachtswünsche aus dem letzten Jahr? Was? Jetzt habe ich nicht, ich habe keine mehr. Boah, apropos, ich kann an dieser Stelle hier schon mal das direkt damit reinpacken. Ich dachte, ich hätte noch welche. Das sind Seelensplitter, das sind Jojo-Siever-Schleifen, Ostereier... Ich habe alles Mögliche noch. Nur scheinbar doch keine Weihnachtswünsche mehr. Schade, okay. Na schön. Wie eben auch sei. Aber für die... Was sind das? Zwölf, dreizehn oder was auch immer? Weihnachtswünsche kriegen wir ja auch ein bisschen was, hoffe ich mal. Du kannst jetzt einmal Rentierpulver kaufen. Ich will aber kein weiteres Rentierpulver. Hoho, wir fliegen Richtung Norden zum Weihnachtsmann. Auf geht's. Oh, mein Hals ist ein bisschen trocken, es tut mir leid. Ich versuche nochmal schnell unauffällig was zu trinken. Okay. Hui, eine unsichtbare Wand und wir rutschen. Wuuuuhu. Hui. So, wie viele Weihnachtswünsche sind das jetzt? Ja, dreizehn, okay. Jepa. Wo sieht das? Na schön. Okay, was kaufen wir uns als erstes? Die Jacke? Die kann man sich leisten. Oh, kann ich mir die Elfenohne leisten? Äh, oder was auch immer? Nee, wahrscheinlich nicht. Ach, zehn. Was krieg ich denn für dreizehn? Krieg ich die Decke? So, kaum. Ah, da fehlt mir nur noch einer für. Na, die anderen Sachen sind auf meiner Prioritätenliste eben nicht ganz oben. Ich hoffe doch gleich die Decke, wenn du das Rennen gemacht hast. Nein, danke. Oh, richtig. Ich mache ja noch das Rennen. Okay, passt auf. Dann mache ich die Aufnahme auf Stopp, mache mit Link eben die Rennen und danach sehen wir uns nochmal hier wieder. Ja. Das Juhlböcke-Fangenheit gerade so gar nicht funktioniert. Du hast Spaß? Okay, cool. Mhm. Aber immerhin das andere Rennen konnte ich machen, obwohl ich eigentlich immer noch in dem anderen Rennen drin hänge. Also es sind noch die Juhlböcke. Aber egal. Ach nee, das kann ich mir nicht leisten. Die Decke aber. Zack. Habe ich. Ich erinnere mich noch an das Outfit von letztem Jahr hier raus. Das sah so ähnlich aus, nur Blau und Regenbogen. Das habe ich in meinem Schrank zu Hause liegen. Kann ich ja irgendwann mal zeigen, in irgendeiner Folge oder so. Gut. Aber ich würde sagen, wir treffen uns jetzt hier am Weihnachtsbäumchen, um uns zu verabschieden. Das war eigentlich auch schon die gesamte Weihnachtsgequesterei für dieses Jahr. Kommst du zu mir? Nee. Eigentlich gelaufen. Ja, wir hoffen einfach mal, dass euch das so gefallen hat. Und es ist schon irgendwie ein bisschen schade, dass es nach zwei Folgen schon zu Ende ist. Aber gut, können wir nichts machen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, Okamis. Ahu und fröhliche Weihnachten. Und einen guten Rutsch natürlich auch. Tschüss. 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 Tschüss.